Vom Fischer über den Winzer bis hin zum Bauern. Kein anderer Wirtschaftszweig in unserer Region ist so sehr vom Wetter abhängig wie die Landwirtschaft. Doch was tun, wenn das Wetter unbeständiger, die Sommer heißer und die Frostnächte im Frühjahr mehr werden? Was macht das Wetter mit der Landwirtschaft und mit den Produkten, die wir kaufen? Damit beschäftigen wir uns in der Multimedia-Reportage unsere Heimat im Wandel, wie das Klima den Südwesten verändert. Im Internet unter schwäbische.de Klima Südwest